...Energydrink, ja. Moment, ich guck noch mal eben, ob ich was verbessern kann. ...Modify. Äh, modifizieren. Was verkauf? Inventar. Ich kann noch, ja, wieder vier Inventar-Plätze frei, das finde ich natürlich super. Ja, will ich da rein haben. Hm, hm, hm. Ja, jetzt weiß ich noch, was ich machen wollte, meine Axt korrieren. Ich hab noch sechs Alkohol. Cool. Könnten wir zu irgendeiner meiner Axt? Anderen Typen gehen und, äh, Dings, hier. Ja, es ist hier, Molotovs holen, aber das machen wir später. Nee, komm, das dauert. Viel zu lange herz. Ja. Ja, 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 ach so, ich hab meine Fähigkeiten schon nicht eingesetzt, haha. Fähigkeiten. Was wollte ich sie denn, ähm, Einkaufspreise minus zehn Prozent, das bringt eigentlich schon was, oder? Ja, bestimmt, ne. Was ist Blutungsdauer? Ähm, keine Ahnung. Würde ich auch gerne. Wir brauchen unbedingt noch ein paar Schnellreise, äh, Dings, hier. Hm. Chance auf kritische Treffer mit scharfen Waffen. Mach ich. Das rüste ich auf. Oh. Bist du schon draußen? Nee, nee, ich stehe vor der Tür. Jetzt bin ich draußen. Okay. Oh, ich kann sogar noch, ich hab noch Upgrade. Ja, toll, dass immer mal jemand sagen können. Ja, klar, dass ich den Upgrade hier ohne trotzdem zu achten. Chance auf kritische Treffer, plus neun Prozent. Aha. Ja. So, oah, das ist geil. Chance den Feind sofort mit scharfen Waffen zu töten. 4,5 Prozent. Das wär doch mal genial. Oder? Ja. Ja, das mach ich glaub ich auch als nächstes. Und dann komm ich an meinen höchsten Klingenmeister. Dann bin ich Klingenmeister. Ich brauch noch 4 Upgrade. Dann bin ich das. Dann schaff ich das. Lass uns diesen Moment genießen. Diese geile Musik. Äh, wo bist du? Auch da. Lass mal hier lang gehen im Moment. Lass mal ein bisschen erkunden hier. Ah, okay. Dann werden wir uns die anderen, äh, Dings angezeigt. Ich hab keinen Bock wieder die Hauptquest. Hm. Können wir erstmal ein bisschen hin. Friedhof St. Christopher. Wollen wir uns nicht mal den Friedhof angucken? Nö. Friedhof hat am Arsch. Interessiert mich nicht. Ich mach das mal. Ich werd hier verfolgt. Aha. Sehr interessant. Ich hab grad nen kritischen Tritt. 400er Tritt, ey. Äh, 300er Tritt. Wow. Nö, um die Kirche hier rum. Der Friedhof ist sicher, ne? Ausgehendet der Friedhof, ey. Der ist sicher. Ja, der ist um Friedhof selbst bei mir. Ich glaub hier rum, das geht echt. Gar nicht. Nicht ein Gegner. Ich seh dich gerade. Nee, das ist echt selbst. Oh, das hat was. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Guten Tag, der Herr. Wo bist du denn? Hier ist noch eine. Gewesener. Wechsel doch mal deine Waffen. Die ist kaputt, oder? Ach so. Ich hab alle grad repariert. Hier hoch mal. Wollen wir nicht die Hauptquests vielleicht noch verfolgen? Moment. Und dann das Auto und Gin wiederholen erstmal, weil Gin ist mir echt wichtig. Gleich. Ich werd erstmal hier oben gucken, was hier alles abgeht, so. Hier oben sind Busse. Ein alter Bus geht hier ab. Hier kommen wir doch Wetten auch einfach nochmal nach. Ach, hier kommen wir zum Resort. Also hier kommen wir wieder zurück. Ah. Okay. Okay, gut. Ist das auch geklärt? Gut. Ja, ich wollte halt nur wissen, da oben ging es um eine Straße ab. Wollte mal wissen, wo es dahin geht, so. Ich glaub, das Spiel kannst du sowieso noch weiter, wenn die Story beendet ist. Und alles super. Oh, wahrscheinlich. Wo haben wir denn die Hauptquests hier? Wäre eine coole Sache. Let's play, Surge Dead Island. Oder Surge Together. Together. Das ist auch eine coole Angelegenheit. Nochmal alles so ein bisschen absuchen, vielleicht. Das, was man nicht geschafft hat, die Nebenmissionen und so. Selbst wenn man die Hauptquests gemacht hat, dass man die dann auch macht. Egal, die Typen halten mir viel zu viel aus. Ja, ich weiß, die sind auch mittlerweile Stufe 27. Ne, bei mir nicht. Bei mir sind sie, glaub ich, 25, weil ich halt ein paar Stufen tiefer bin als du. Ja, okay, ich bin 27. Ja, ich bin 24, glaub ich. Moment. Ja. Was bist du eigentlich so niedrig erst? Genau. Daumen in Schwierigkeiten. Ach, wir müssen wieder hoch zur Kirche. Hä? Das ist das. Was ist das? Ich bin hier. Was ist das? Ja. Wenn ich auch kam, war ich auf der anderen Seite der Wand. Aber sie ist wahrscheinlich still alive. Sie wollten sie behalten. Use sie. Du kannst sie zurück. Right? Ja, durch die Sehre. Die Gebäude ist geschlossen, aber ich gebe dir die Schlüssel. Sie haben es nicht ausgedrückt. Sie haben sie bezahlt, was sie für sie getan haben. All sie wollte, war zu helfen. Und sie... Oh, sie... Jetzt geh... Und geh sie weg. Der Arme. Sehr. Tut mir echt leid. Mir nicht. Können wir ihnen nicht irgendwie helfen? Nö. Doch, also... Ich würde ihn doch schon gerne in die Kirche bringen. Let's see what we got here. Wir müssen zu den Abwasserkanälen, ne? Warum nein? Hat er gesagt, die Abwasserkanäle kommen wir rein. Er hat doch gesagt, der im Schlüssel. Ah, mimimi, ey. Wären wir ja gleich sehen. Ne, dann rennen wir zu den Abwasserkanälen. Moment. Da. Wir gehen durch die Abwasserkanäle, ne? Ja, da müssen wir. Ne, da hinten wäre ein Eingang und der wird mir als Hauptquest angezeigt, deswegen. Aha. Ach, dann können wir also durch die... Ah, okay. Und wir könnten jetzt auch den anderen Weg nehmen und dann von oben rein oder was? Jo. Man könnte entweder oben lang durch die Stadt oder eben unten durch die Abwasserkanäle. Die ist kürzer. War weitaus kürzer. Ja. Hast du ihn glatt übersehen, unseren Geher? Ich wurde also von dem Typen da vorn geflasht, deswegen. Von dem Kotzer da. Ja. Ich würde mir immer so ein Schuss... Ich würde mir die Munition wirklich... Ich habe eh nichts mehr am Boni. Ja, und? So, was vor dem Leben ist, weil sie am Alkohol wieder aufgenommen. Ich bin auch so dumm, ey. Kann ich nichts für. Die Sonne schaufeln. So. Durchsuchen. Was auch da vielleicht? Das ist alles so schummrig. Oh, ein Energydrink. Yeah. Voll geflasht. Ich weiß immer noch nicht, warum hier unten Energydrinks sind. Ich mach mal wieder Licht an. Ja, die haben sich einfach runter. Die klauen doch alles. Warum noch? Klaus-Ophobie war das doch, ne? Ja, natürlich. Nein, noch ein Kotzer. Auch so eine Scheiße. Ich könnte echt kotzen. Zack. Meine Axt ist doch sehr gut, finde ich. Hallo. Nein. Oha. Das war's. Das war's mit Fetty. Schön. Fetty hat ausgesorgt. Sieht sehr komisch aus. Hier müssen wir lang. Der hat da irgendwie so ein Geschwür im Intimbereich. Aha. Soll das sein Penis sein? Okay. Ah, Tiefgarage. Moment. Aha. Wo? Da lang. Gut. Hier lang. Jo. Bingo. Der Hauptdäter dran. Keine gute Tat. Ladepolizei einfach. Ah, hier ist unser Panzerwagen. Okay, kann ich nicht sagen. Weil ich bin noch im Ladevorgang. Tatsache. Mhm. Lass mal hier ein bisschen rumschauen. Mal sehen, was hier so abgeht. Außer Blitze. Ich mach mir hier wieder ein bisschen Licht. Auch wenn es eigentlich hellgericht sein könnte. Oder sein müsste. Könnte. Durch die Autos. Aber das ist halt sehr dunkel alles hier. Finde ich. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Fast schon. Aha. Ah, Hilfe. Oh. Oh. Oh Gott. Okay. Du du. Leck. Okay, hier können wir nicht lagen. Hier blitze es und donnert es. Oh, da drin ist ein Gea. Hey. Hey Gea. Komm her. Geh. Komm, geh hierher. Ne, der frisst sich so satt da drin. Dann lass uns hier lang gehen. Da, wo wir lang können. Wo wir noch ein Gea ist. Oh, die mögen uns das so. Yay. Ich krieg jetzt für Brüche irgendwie Bonus EP. Okay. Ja, ich noch nicht. Also, ich kann das machen. Wenn ich da abschneide, dann kriege ich 4% mehr. Ich weiß doch gar nicht. Mal gucken, wie viel das mir das bringt. Da unten habe ich ja. Plus 2. Mal 2. Also, das heißt, ich kriege dann doppelte EP. Inventar. Nein, Fähigkeiten. Mir ist das Tee. Als nächstes rüste ich zum Beispiel Einkaufspreise. Und dann könnte ich hier erhöht die EGP-Belohnung für das Abschlagen von Körperteilen. EP mal 2. Oder mal 4. Nachher sogar. Ja. Und da nochmal 6. Ja. Mir liegt dann 75% effektiver, was wir nicht unbedingt haben. Und die Haltbarkeit von Waffen. Und dann nochmal Klingmalz. ACAB. Hallo. Ich will schon wieder ein Behinderten. So geflägt, unser Freund. Und 390 abgriffen. So. Wo bloß? Wo? Hier ist irgendwie nichts. Ne, wir müssen nach hinten lang. Ja, dann. Ach, Bomber. Ein Bomber de Mont. Klatsch. Warte mal, ich guck mal kurz rein. Da ist der Glaser drinne. Unser großer Freund. So, immerhin erstmal Tür aufmachen. Klatsch. Du siehst eklig. Hallo. Achso, hier kommen wir zu der Polizei, zu den Zellen. Ja, da müssen wir auch lang. Wow. Ja. Der hat sich total reingebackt, ja. Kommst du? Köpfchen Schläger. Wie er hier rumschreit. Wie er hier rumgeschrien hat. Voll die Memme, ey. Geht geil. Na gut, ich glaub, du würd das auch so rumschreiben, wenn du auf einmal unter Strom stehst. Pistolen-Munition. Ahem. Du wolltest doch gerne die Denkst für Munition haben. Liegt er auf dem Tisch. Nein. Herstellung Pistolen-Munition. Dietrich Stufe 2. Jop. Oh, rasant schrubflint, da hab ich grad gefunden. Machete-Schock. Ähm, leichter Einbau-Machete. Kann man hier auch irgendwie auf Herstellen drücken oder so? Nö. Ups. Muss man denn Upgraden oder wie? Weiß ich nicht. Nee, da, Herstellung-Munition. Ähm, denkst du. Modifizieren. Herstellung Pistolen. Okay. Ja. Ich mach das mal. Pistolen-Munition. Wieviel krieg ich jetzt? Okay, ich wollt mal gucken. Ich möcht mal gucken. Ich hab eh nicht viel Kram. Nee, ich hab jetzt genug Muni. Ich muss jetzt einmal reinigen. Zehn Pistolen-Munition. Zehn? Kriegt man dafür? Ja. Zehn. Zehn, 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 zehn. Zehn, ca.